Willkommen zurück! Hallihallo, Hallöde! So, du hast gemeint, da ist irgendwo noch eine Leiter. Ja, hier bei mir. Ja, ich... Ich hab ein bisschen unsicher. Ja, ich weiß, die war sogar aus Eisen, glaub ich sogar. Oder es war aus Stahl oder so. Ja, das ist... Weil ich hab's sowieso... Kann ich hier runter springen, ohne dass ich mich hier alles breche? Ja. Weil ich hab's sowieso... Schau her... Ich hab's sowieso, äh... Überall, überall, äh... Hier überall in der Mitte hier so einen kleinen Aufstieg gemacht. Der müsste auch... Der müsste auch... Nimm mal die weg hier. Ich würd sagen, wir nehmen die Sicherheitshalber weg. Warte mal, die können wir ja schnell wegfräsen hier. Oh, 2000 haben die? Die sind ja noch Stahl, oder? Naja. Oh! Da kommt das auch noch Eisen. Hups! Ja... Ja... Die Shotgun... Warum bist denn du so traurig? Ist doch voll! Ist ne Shotgun, ist traurig? Jo... Okay... Und auch hier in der Mitte jeweils von den Mauern hier. Kannst du jetzt aktuell nicht sehen, aber... Naja, gegenüber sehe ich ja... Eigentlich, äh... Äh... Was ist jetzt machen? Da unten... Komm gleich hoch! Ach, die Barrel... Scheiße! Ja... Äh... 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 So... Fetztnageln... Äh... Und ich wollte ja noch... Haben wir ja gesagt, hier wegen den Drum-Magazines, gell? Ja, drei Stück, ja... Äh... So... 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 Wie hieß'n das? Barrel... Barrel? Achso, äh... Barrel! Barrel Extender, ja... Schmied das Stahl, Öl, Bekenntnisparts und Scraps... Stein... Wollte ich noch mal herstellen... Ich hab' kein Stahl... Haben wir irgendwo Stahl? Ja, den bräuchte ich, äh... Näm' ich auch, äh... Für die, äh... Für die Drum-Magazines hier... Achso... Achso... Ich brauch... Ich brauch' Zement... Scheibenkleister... Ach... Äh... Hier ist, äh... Stahl... Ich hätte... Ich hätte... Ich hätte... 141... Das... 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 Wird für unsere Aktion hier reichen... Oder? Äh... Wir hätten drei... Ich brauch' 30 Stahl... Ja... Ist da irgendein... Mischer... Aber gerade nicht im Betrieb... Der hier... Ich mach' mal jetzt noch mal hier... 20 von diesen Steinen hier... So... Warte mal... Achso, äh... Hier hat man... Äh... Die Hälfte... Das... Reicht dann auf jeden Fall... Ja... Ich gucke mal hier wegen diesen... Drum-Magazines... Da brauchen wir ja mindestens drei... Äh... Öl... Öl... Mechanic... Plastik... So... Drum-Magazine... Eins, zwei, drei... Bumm... Gut, läuft... Zack, zack, zack... Ich pack' mal den Rest Stahl wieder in die Kiste rein hier... Ja... So... Ähm... Ja... Sieben Minuten... Fast... So... Apropos... Äh... Ich hab' dein Fahrrad nur einstecken... Pff... herstellen... Und ich kann auch reinschauen... grad mit mir rum... Weil das kann's... Weil das kann's... Weil das kann... Genau... Ich brauch' keinen Grund... Ich kann's einfach... So... ... ... ... Öl... bei Ihnen... Achso... Ich hab'... Ich hab' hier noch meinen... Den... raus... Ne... Ich mein' haben ja... Haben ja jede... Shotgun aufgefüllt... Ja... Die... Äh... Die Shotguns sind... Äh... Voll, ja... Wow... Und dann haben wir echt... bisschen krank produziert... Krass... Jaja... Ich schmeiß' mal das... Blei hier rein... Zack, zack, zack... Andererseits... Äh... Wir haben doch irgendwo noch... Da ist ein Haufen... Clay drin... So... Da hau' ich jetzt mal... Blei rein... Bis zum geht nicht mehr... Ja... Und hau' mal... Drei Stunden Holz drauf... Zack... Und... Los geht's... Und Abfahrt... Jo... So... Noch ein bisschen Beton einpacken... Und die drei Sterne... Richtig verwegen... So... Modifor... Das macht wirklich... Äh... Plus 10... Wow... Äh... Was meinst du mit plus 10? Die... Barrel Extender Mod... Äh... Die macht plus 10... Nice... Okay... Richtig nice... Achso... Wir wollten ja gucken... Ob die in die... Junk-Toot auch noch reingeht... Achso... Äh... Du kannst ja mal in die eine... Erste Werkbank auf der... Ups... Jetzt hat's gehackt gerade... Äh... Die erste Werkbank auf der rechten Seite... Da... Äh... Da stell ich grad... Drum... Äh... Kannst du mal gucken... Ob du... Äh... Aber irgendwo war doch ein Loch... Äh... 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 Kann ich das... Ja... Oh... Komm schon... Äh... Hier war ein Loch... Genau... So... Da stecken wir die mal... Hier rein... So... 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 Als ob Sneak da gewesen wäre... Und Beton überhaupt... So... Ja... Geht... 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 Hopp... Scheiße... Hier ist ja... Hier ist auch noch ein Loch... Äh... Was machst'n du hier... Stein... Sechsmal... hä? Ja... Äh... Das sind... Die bräuchte ich jetzt gerade... Wir f... Wir f... Wir f... Wir würden noch... Wir würden noch... Drei Filme... Äh... Könntest du mir... Könntest du mir die vielleicht... Hier... Äh... In die... In die... In die Grube schmeißen... Warte ich von der Mauer aus... Äh... Ja... Ich komm runter... Ich will eh aufwerten... Ähm... Das... Das sind praktisch so Steine... Da wo man praktisch... Ähm... Normalen... Normalen Stein... Ähm... Wieder flicken kann... Weil... Weil hier... Äh... In der Grube haben sich... Äh... Cops... In die Luft gejagt... Oder die haben hier... Gebruddelt... Okay... Und mit dem kommen wir das wieder reparieren... Das schaut dann wieder aus... Als ob da... Äh... Nie was gewesen wäre... Pass auf... Ähm... Äh... Wo bist du? Über dir... Ach... 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 Oh... Ob ich nicht es gewesen wäre hier... Ja... Sehr gut... Und wir müssen das eh... Dann irgendwie mal... Hat zwar nur 500 Hit points... Diese... Diese Steine da gehen aber, äh... Ja wir müssen das eh mal... Richtig opwerten also... Und da mal... Ausbuddeln und... So, jetzt müssen wir mal hier mal ein bisschen reparieren, wo die Vandalen sich hier reingebuddelt haben hier. So, das ist doppelt, das ist doppelt, okay. Na komm schon. Frohlich, mach lieber erstmal den Boden, oder? Ich bin voller. Wo haben die sich hier reingebuddelt? Wo waren das? Das kann man jetzt von hier gar nicht mehr richtig sehen, wo das war. Haben wir das nicht hinzugemacht, ja. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Ich muss auch mal von außen mal schauen. Du musst dir aber die alten Videos angucken. Genau. Im letzten Jahr. So, die haben sich, warte mal, von wo haben die sich hier reingebuddelt? Wo war denn das? Das war eine Grube, auf jeden Fall. War das hier? Ne, das war nicht, hör mal. Hatte ich da, ich glaube, das, ich glaube, das hatte ich hier schon wieder so ein bisschen ausgebessert. Deswegen, deswegen sehe ich es jetzt hier auch nicht mehr. Ja. Ja, ich habe das vielleicht schon zugemacht, oder? So, dann stellen wir hier mal Rahmen rein, so. Ja, genau. Äh, aber in... Irgendwo von hier gekommen. Genau, zwei Tagen haben wir ja schon wieder Spaß, ne? Oh, wie? Okay. So. Und wann muss ich überhaupt soweit hoch? Hör mal, so hoch muss ich gar nicht. Hier reicht's ja. So. Da sind sie irgendwo durchgekommen, hier. Na, achto. Ich weiß nicht, irgendwie, äh, mit dem Spiel kriegt das manchmal nicht hin, irgendwie, äh, die, 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 die Kisten zu treffen, oder, also, äh, Gegenstände, Gegenstände, irgendwie, äh, warum, und die Platten, und, wenn hier nur, um gucken, um die Platten treffen. Oh, voll zum. Muss ich mich immer in einen bestimmten Winkel irgendwie hinstellen? Und dämlich. Dass man es geregelt kriegt, ja. Bisschen nervig. So, jetzt macht er gerade zwar, aber geht es wieder nicht. Warte mal, das hier auch mal aufwerten, hier. Ja, kommt jetzt doch auf, Schatzi. Mach doch. Zwischen durch den Block wieder nicht getroffen, okay. Da futz, egal, worum ich stehe, mach du den Block. Nö. So. So, ich überlege gerade, äh, haben wir oben Stahl laufen? Äh, ich glaube nicht. Nicht wirklich, ne? Ich glaube nicht, ne. Äh, ich glaube nicht, ne. Und, da rein. So. Da solltet ihr erstmal reinkommen, jetzt hat. Die Penner. Wo geht denn, wo geht denn die Wand eigentlich hin? Die geht doch eigentlich, äh, der Graben ist da oben, und die Wand geht eigentlich nirgendwo hin. Und, ich weiß nicht, warum ist die beschädigt worden. So. Ach, du bist, du bist am, am Gang da oben. Ja, ich hab jetzt hier diesen, äh, diesen Service-Tunnel, weil die das sicher von, von oben, von der Grube in den Service-Tunnel rein, äh, gebuddelt haben. Jetzt, jetzt, jetzt hatte hier der Service-Tunnel, in den, ähm, ne, äh, Betondecke hier, äh, dann, äh, viel Glück beim Reingraben jetzt hat. Ja. Haben sie, haben sie jetzt halt keine Chance mehr. Und, äh, kaputt haben sie ja hier, äh, hatten die hier was kaputt gemacht? Ich glaub, nicht wirklich. Gott sei Dank. Die, die Relais waren nach wie vor alle da. Oh, warte mal, ich seh grad hier mitten im Tunnel. Ist da auch noch was? Ja, ja. Ach so, da räuchte man hier, äh, hier, äh, äh, hier, äh, Cobblestone noch, ha? Nö, Beton. Ja, äh, manche, manche sind hier beschädigt, die müssen wir mit Cobblestone aufwerten. Das kann ich, das kann ich, das können wir. Äh, genau, genau hinter der Blade Trap, äh, wer noch, äh, einmal, äh, Beton? War das, war, war das, war das, war das, war das, war das, ach so, ach so, ach so, weil ich, ich bräuchte das, äh, auch wieder Beton. Äh, ja, warte, 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 warte. Eigentlich bloß ein bisschen was. Jetzt ist dahinter aufgeweitet, genau. Äh, äh, dass die, die Traps von da, die Traps hier von der Wand purzeln, nur, äh, nur weil der Block nicht, äh, hart genug war. Ne, schaut gut aus, ich glaub, äh, wir sollten hier noch was reinstellen, oder? Irgendwelche fallen, oder so, oder? In den Gang? Nö, lasst du doch einfach rauskommen. Verlangsamung fallen vielleicht? Vor alledem, äh, du kannst hier auch, äh, im Prinzip gar nichts mehr reinstellen, weil, äh, die Blade Traps, äh, Ach, die blocken das? Die blocken, äh, auch bis hier unten, schau, äh, du kannst ja mal versuchen, äh, hier unten mal, äh, wo, doch, das geht sogar. Also, ganz unten könnte man sogar tatsächlich eher was hinstellen. Äh, genau, weil die ja, die Blade Traps ja nur, äh, eins nach, äh, eins nach unten blockieren und nicht zwei nach unten. Also, man könnte hier noch was rein, aber dann, äh, dann weiß ich wieder nicht, ob sie dann noch hier großartig reinlaufen, wenn, äh, wenn du das irgendwie als, äh, Hindernis sehen wirst. Achso. Lass, stell mal hier lieber, äh, hier lieber nix rein. Okay, okay. Und nicht, dass die da nicht mehr raus wollen. Andererseits, Andererseits, äh, wenn sie, äh, hier vorne bleiben würden, dann, äh, wenn sie natürlich hier, ähm, Ja, ruckzuck drinnen, ja. In Dart Trap Heaven, weil, da weiß ich von, Oh, die Geschirr, Oh. Dann werden sie hier von drei Seiten, äh, von Dart Traps, äh, beballert. So, und die waren jetzt alle schon voll? Die sind, äh, nicht, äh, ich glaub, ich glaub, ich hab's ja nicht, ich hab's, glaub ich, nicht ganz voll gemacht. Die einzigsten, die ganz voll sind, sind die, was in den Gang feuern. Äh, hier sind also 750, also praktisch die Hälfte von dem, was geht. Okay, dann. Pro, pro Stück sieben, also, äh, äh, da wär noch Luft nach oben. Und ich glaub, hier drin, äh, hab ich's nämlich genau, hier drin hab ich's, glaub ich, genau so gemacht. Da hab ich auch 750 Schuss pro. Ja. Äh, also, äh, Ist noch, okay, da ist noch Platz. Könnt man noch ein bisschen was, hoppla, da könnt man noch ein bisschen was reinpacken, ja. Okay, ähm, das wär das ein, das war das eine, was ich machen wollte, das war dieses Service Tunnel. Okay, die Drum Magazines, die kann ich auch durchstreichen, haben wir auch. Ja, im Großen und Ganzen, äh, Das sieht ganz helft, die aus, ne? Oh, hier dahinter noch. Komm schon. Warum geht's nie? Ja, ich glaub, das Ding ist schon, äh, aufgewertet. Ach, der ist schon auf 2, okay. Ja, ja, das, äh, der hat schon, der hat schon 11.000. Ja, okay, so. Hier oben ist auch alles. Den könnten wir noch mitnehmen. Wenn ich aber das ja auch noch mitnehmen soll. Was soll's? Wir haben's ja. Ach, hier vorne bin. Achtung. Den Boden hier noch schnell. Jetzt ist der hier komplett auf 5.000. Warte, geh ich gleich noch nach der Barrel noch gucken. Ups. Okay, die waren auch angeschlossen. Ach, hier, unser, der Electric Fence ist, ja. Unsere Passage hier. Achso, äh, dann, äh, das hab ich gestern noch auf, aufgewertet auf Beton, ja. Weil, das war nämlich noch Cobblestone, weißt du? Also, ey, Pflastersteine. Scheiße, echt, okay. Ja, ja, doch, das hab ich, äh, erst aufgewertet. In der letzten Folge. So, komm, spring mal auf. So, okay, ähm, sonst, äh, glaub ich, schaut's gut aus. Ähm, also, also, hier rein, können wir hier rein kommen, werden's ja wohl hoffentlich nicht. Wir könnten, äh, so, jetzt, eventuell halt, äh, der scheiß Boden müsste jetzt, ja, halt noch weiterhin, äh, auf Beton gemacht werden, gell. Der Hof. Dafür brauchen wir erst Beton wieder, ja. Ich, 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 mal schnell meinen, äh, Beton verbrauchen, was, äh, was ich hab. Jetzt weiß ich, warum du so viel Level, äh, vor mir bist. Mhm. Der macht schon übelst exklusiv. Oh, das waren jetzt fast 28.000 XP, nur hier, äh, mal ein paar Quadratmeter, ähm, äh, aufwerten. Warte mal, warte mal. Na, schaut, äh, dieses Stück hier waren 28.000 XP. Das ist, arschoffen. Oh, Barrel Extender, warte mal. Das ist gut. Drei. Äh, was, was noch, noch? Ein. Wo soll ich denn die, äh, alle hinten? Achso, Drummagazin. Äh, äh, da brauchst du ja, äh, da brauchst du ja, äh, ja, 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 nur eins geben, warte mal. Die, weil zwei brauchst du, äh, brauchst du ja, äh, für deine, ähm, für deine, äh, Junk-Turts. Und ich, und ich kann ja aktuell ja sowieso nur, ähm, einen Junk-Turts aufstellen. So, so, da rein, okay. Close. Äh, warte mal, was hat denn das jetzt gebracht? What if I? So, Range damit, 16. Die, effektiv Range plus 2, plus 90 Schuss, 92. richtig gut. Scheiße, ich hätte lieber das ja auch wird so sehr geil. Noch Modifien. Äh, noch rein. So. So. Hier sind nirgendwo Leitern mehr. Das ist gut. Hier machen wir dicht. So. Der war für die Geschütztürme. Der hat schon wieder ziemlich leer. Ups. Kommt ja auch. Growing, growing, growing. Gut. Sehr schön, sehr schön. Okay, jetzt ist mein Beton auch weg. Hier könnte man noch mal Eisen gebrauchen. Dass wir die Leitern nach oben vielleicht noch mal aus Eisen machen, oder? Otto? Äh, die Leitern nach oben. Äh, achso, 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 die eine. Ja, ja, doch, das wär nicht schlecht, weil nicht, dass die hier irgendwo im Kopf mal durch den Zufallstreffer hier wegrotzt, gell? Ja, genau. Das wär, äh, das ist keine schlechte Idee, ja. So, dann schmeißen wir da auch mal Steine rein. Ach, kacke. Ähm, Waffen. Das nehm ich mir mal einen Chunk-Torrett. Hm. Tau den mal modifizieren und hau da mal ein Trommel-Magazin rein. So, abschließen. Das ist jetzt hier mein Torrett. Sehr schön. Muni dafür hab ich hier. Achso, äh, die brauchen ja noch Dart-Muni, ne? Ja, warte mal, äh, na, ich hab hier, darf ich, ein bisschen was hab ich hier noch, äh, zack, 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 zack. Also ich hab hier ein, zwei, drei, vier, knapp viereinhalbtausend hab ich noch. Wow. Ich tu den, ich tu den noch aufteilen, äh, auf die, äh, anderen Türme. Ja. Warte mal kurz mal meine, meine Muni hier, wenn wir mal auf, aufstocken, so. Ach, sieben Schuss Flinten. Achso, hier, ähm, diese, du hast mir, äh, hier gleich drei so Barrel Extender gegeben, oder? Warte mal, modifizieren. Na, für, 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 für deine Knarre, für die zweite Knarre und für die Turret. Achso, also, hoops, hoops, die, äh, wo ist ein, genau, ne, genau, hier ist mein M60, weil, äh, weil AK, äh, AK hab ich ja aktuell nur vier, das heißt, da kann ich gar kein Ding ins Reintun. Achso, äh, kein Weimar, äh, äh, Scope und, äh, äh, und Drum, äh, Magazin, äh, mehr Platz hab ich nicht. Ja komm, äh, ja komm, wir können den fünfmal bauen, Machine Gun Parts, haben wir Parts? Ja, zur Not haben wir hier, äh, tonnenweise M60, die wir hier, äh, zerlegen können. Warte mal, ich gucke mal, äh, Schickgang, die fünfmal zerlegen. Äh, und ich hab auch noch, äh, ne AK, die könnten wir, äh, auch noch zerlegen. Äh, nein, brauchst du, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Haben wir, äh, genug Parts da? Ja, 23 Stück. Äh, okay, dann, äh. Klebeband sechsmal und Schraubfeder sechsmal. Dann kommen die alle wieder zurück. Schraubfeder und Klebeband. So, und dann bastel ich dir mal eine 5. AK. So. Wegge. Und, fertig. Okay, ist dann hier vorne drin, ne? Ja. Lässt mal. So. Modify. Äh. Hier kann ich noch, genau, dann hau ich hier diesen Barrel Extender rein. Abschließen. Modify. Man könnte, wo, warum ist denn das so? Man kann nur 5er Scheiße herstellen. Ja, das, das wurde geändert, ja. Die, die, die 6er Sachen sind nur noch lootbar oder halt zu kaufen. Ja, okay. Wurde, äh, wurde geändert in der Alpha 18. So, dann schmeiß ich hier mal die AK ein. So, dala. Schade ist, weil wir genug Dreck da haben, irgendwie, um das alles zu bauen. Ja. Aber, geht nicht. Oh Gott, wir müssen Stahl machen. Ich seh's grad. Äh. Hier können wir Zement rausholen, okay. Äh, in welcher Werkbank machst du grade ne M60? Äh. Äh, ne, ne AK. Ach so, äh. Entschuldigung, ja genau. Äh, mein ich ja. Hab's, äh, hab's gefunden. Hab's gefunden, ja. Hab's gefunden, ja. Hast schon. Mal hier. Warum geht's nicht? Äh, Holz. Ja klar. Holzmangel. Äh. So. Wie viel, äh, wie viel Mods kann man in, äh, Fünfer reinmachen? Äh, drei, gell? Drei Mods. Drei Stück, ja. Und Farbe. Und Farbe, ja gut. Farbe, ja. Okay. Warte, mein. Mal Holz reinmachen.